Im heutigen Video geht es um weitere Dinge, welche Rockstar Games mit dem Summer Special DLC ins Spiel gebracht hat und welche uns einen Beweis liefern, dass ein geplantes Polizei-DLC jetzt im Sommer hätte kommen sollen. Viel Spaß dabei! Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf TrueLakes. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid alle fresh und frisch und munter in die neue Woche gestartet. Ich muss sagen, bei mir fängt die Woche direkt stressig an. Wie ihr gestern im Livestream mitbekommen habt, hatten wir ein paar Probleme mit der Datenbank von unserem RP-Server und das müssen wir jetzt alles fixen und reparieren und neu machen und viel Arbeit und deswegen haben wir direkt wieder Stress. Naja, wenn ihr uns bemitleidet, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Video starten, noch eine kleine Information, denn ich wurde von recht vielen Zuschauern auf Instagram angeschrieben. Übrigens, ja Freunde, ich habe Instagram. Ich wurde letztens auf Discord mal wieder angeschrieben. Hast du eigentlich auch Instagram? Ja, ich habe auch Instagram. Und da dürft ihr mir auch sehr gerne mal folgen, denn Informationen zu neuen Updates oder sowas, dazu mal Videos zu machen, dauert immer viel länger. Ihr könnt auch einfach auf Instagram gehen und dort in die Story packe ich das auch immer. Das ist dann innerhalb von Sekunden online und ein Video dauert halt immer ein bis zwei Stunden. Somit, wenn ihr Informationen schneller bekommen wollt, geht auf Instagram. Wenn ihr wissen wollt, wann ich live streame und Dinge im Hintergrund vom Kanal wissen wollt, geht auf Instagram. Und wenn nicht, geht auch auf Instagram und abonniert da einmal rein. Nun gut, aber soviel dazu. Auf jeden Fall haben diese Leute auf Instagram gefragt, was denn Rockstar Games im Moment für T-Shirts verschenkt, weil ich in meinem Eventwochenvideo dazu nichts gesagt hatte. Und ich war auch erstmal überfordert, denn ich wusste nichts von irgendeiner T-Shirt-Aktion. Ich habe nochmal auf dem Newswire, ich habe nochmal im Social Club nachgeguckt und niemand weiß etwas von irgendwie geschenkten T-Shirts. Außer, dass eben viele Spieler in-game eine Meldung bekommen haben, dass sie T-Shirts oder Kleidungsstücke von Rockstar Games geschenkt bekommen haben. Und hierzu muss ich euch weiterhin sagen, ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Rockstar Games hat dazu nirgends etwas veröffentlicht, nirgends etwas geschrieben. Im Kleiderschrank müssten diese unter Spezial-T-Shirts vermutlich sein. Schaut da einfach mal vorbei, ansonsten keine Ahnung, Freunde. Das also jetzt nochmal als allgemeine Information für die, die diese Meldung auch haben. Schreibt mal in die Kommentare von diesem Video jetzt hier, ob ihr auch diese T-Shirt-Meldung bekommen habt oder nicht. Würde mich mal interessieren, wie viele das letztendlich jetzt doch sind. Naja, schauen wir uns jetzt einfach mal das eigentliche Thema von diesem Video an und fangen direkt an. Um erstmal ins Thema reinzukommen, es ist folgendes Problem oder folgende Sache gewesen. Rockstar Games hat mit dem Summer Special DLC einige Veränderungen in GTA Online vorgenommen. Nicht nur die, die wir eben neu bekommen haben, also neue Fahrzeuge, neue Missionen und so. Sondern eben auch, ja, Veränderungen, Dinge, die auf ein altes DLC zurückgreifen. Und zwar auf das geplante Cops & Crooks DLC. Da hatten wir in den letzten Wochen jetzt schon mehrere Videos zu gemacht. Zum Beispiel haben wir gefunden, dass das Polizei- und das Möhmann-Outfit beide von der Blacklist runtergenommen wurden. Somit könnt ihr diese jetzt auch tragen. Und dazu hatte ich auch einen Klitsch hochgeladen. Dass es Reste von drei gelöschten Polizeifahrzeugen gefunden wurden. Es wurde die Funktion, um Leute festzunehmen, geupdatet. Das Minigame QUB3D wurde in einem Cops & Crooks DLC-Pack in den Files gefunden. Minimap-Icons wurden gelöscht. Und einiges mehr. Also ihr merkt, es gibt viele Beweise dafür. Und noch vieles mehr. Wenn ihr zu diesen einzelnen Punkten mehr wissen wollt, schaut mal oben rechts in die Infokarte. Dort verlinke ich euch nochmal die entsprechenden Videos dafür. Und das alles beweist eben, dass jetzt im Sommer hätte ein Cops & Crooks, also ein Polizei-DLC, hätte erscheinen sollen. Nun gibt es aber noch weitere Erkenntnisse und neue Dinge, die gefunden wurden. Und die schauen wir uns heute einmal an. Und ich muss sagen, Alter, die sind zum Teil schon echt creepy, aber auch ziemlich interessant, muss man sagen. Und auf den ersten Punkt, den wir eben noch nicht besprochen haben, hat mich sogar wieder ein Zuschauer gebracht. Und zwar hat er mir auf Instagram geschrieben. Ihr seht, ich lese meine Instagram-Nachrichten. Wenn ihr mal eine Frage oder irgendwas habt, eine Anregung, wie auch immer, schreibt mir ruhig auf Instagram. Ich antworte wirklich jedem, versprochen. Gebt mir halt mal zwei, drei Tage Zeit. Ich bekomme wirklich viele Nachrichten und es kann einfach dauern. Aber ich verspreche euch, ich antworte wirklich jedem. Und so eben auch dieser Person hier. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Und er hat eben geschrieben, du Justus, ich habe da was gefunden. Er hat mir Bilder geschickt und so weiter und so fort. Und er hat auch wirklich was gefunden. Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall raus. Leider weiß ich nicht mehr, wie du heißt. Deswegen kann ich dich jetzt hier nicht bei Namen nennen. Dann sei mir nicht böse, aber vielen Dank nochmal an der Stelle dafür, wenn du das siehst. Und zwar hat er eine Veränderung der Meldung bemerkt, wenn man probiert, mit einem Polizeiauto in den LSC zu fahren. Früher kam dann nämlich immer die Meldung, du kannst Polizeifahrzeuge nicht modifizieren. Und jetzt, seit dem Summer Special DSC, kommt die Meldung, du kannst geklaute Polizeifahrzeuge nicht modifizieren. Und das ist eben ein Hinweis darauf, dass wir hätten mit dem Summer Special DSC Polizeifahrzeuge kaufen können. Denn dann heißt es, okay, die von der Straße kannst du nicht tunen, aber deine eigenen ja schon. Und somit müssen wir diese auch kaufen können. Also hier haben wir mal wieder einen Beweis dafür, dass Rockstar Games Polizeiautos zum Kauf freischalten wollte. Und da kommt noch so viel mehr dazu, dass wir im Winter ja zum Beispiel das Lifeguard-Fahrzeug bekommen haben, das Feuerwehrautfit etc. Dann war es klar, dass bald auch Polizei kommt, weil das die einzige, sag ich mal, Spezialfraktion oder sagen wir Sicherheitsbehörde war, wo wir noch kein Outfit oder kein Fahrzeug zu bekommen haben. Das hätten wir jetzt alles im Sommer bekommen. Unlucky, Corona, dann doch nicht eben. Damit aber nicht genug, denn Wildbrick142, ein sehr, sehr bekannter Modder, hat außerdem eine neue Los Santos Customs Option gefunden. Und er hat folgendes auf Twitter geschrieben. Beide Polizeifahrzeuge sind in den Creator-Skripten als Fahrzeuge mit Lackierungen aufgeführt. Der Grund, warum ich glaube, dass wir anpassbare Polizeiautos bekommen hätten, ist der unbenutzte Name der LSC-Kategorie, Topbox, Packtaschen, Crashbars, Searchlights und eine neue Option, No Pushbar. Und das gehen wir jetzt alles mal einen Schritt für Schritt durch. Topbox sind eben diese Boxen, diese kleinen Kofferräume eben auf einem Motorrad. Packtaschen, das gleiche nur eben an den Seiten. Dann hätten wir die Crashbars, das sind beim Motorrad an den Seiten vor den Kolben so Gitter, dass wenn das Motorrad umfallen würde, dass nicht direkt der Motor kaputt ist. Dann die Searchlights, das sind an den Polizeiautos, besonders in Amerika, in Deutschland gibt es das nicht, sind außen diese runden Searchlights, also diese Suchlichter, die man so steuern kann und dann eben, ja, in der Dunkelheit Sachen besser finden kann. Und eben No Pushbar, das sind diese verstärkten Frontstoßstangen, um Sachen zu rammen. Und das sind eben ganz viele Optionen, die jetzt eben im Spiel sind. No Pushbar ist sogar neu ins Spiel gekommen, die anderen vier waren bereits im Spiel, aber No Pushbar ist eben neu ins Spiel gekommen und somit zeigt es noch einmal, dass Rockstar Games an den Polizeiautos gearbeitet hat, aber eben nicht ins Spiel gebracht hat, beziehungsweise wieder rausgenommen hat, diese letztendlichen Funktionen. Aber auch das ist noch nicht alles, denn es wurden auch Soundeffekte gefunden von einem User namens Leslow auf YouTube und er hat eben Soundeffekte gefunden, die uns noch einmal einen kleinen Hinweis darauf geben, wie das Update dahinter aussehen können. Hört euch das am besten erstmal selber an. Also wir hören hier Polizeisirenen, wir hören hier Monsterstimmen, Explosionen, Sirenen und vieles mehr. Also es ist wirklich extrem krass. Und wenn ich jetzt höre, Alter, das sind einfach Monstergeräusche. Warum hätte Rockstar Games oder hat Rockstar Games diese denn neu ins Spiel gebracht? Also ich muss sagen, da bekomme ich schon etwas Angst. Sollten wir dann vielleicht als Polizisten Monster in der Kanalisation jagen oder so? Da gibt es doch auch so verschiedene Verschwörungstheorien und Mystery-Sachen. Ich glaube, wer war denn das? Dracul hatte damals recht viele Videos dazu gemacht. Auf jeden Fall, da gibt es doch auch irgendwie in der Kanalisation im Story-Modus so ein kleines Easter Egg mit einem Monster oder Krokodil oder sowas. Vielleicht gäbe es das jetzt hier als Fortsetzung im Online-Modus, dass wir als Polizist eben dieses Monster jagen müssen. Wer weiß schon. Also ich finde es auf jeden Fall immer interessant, was Rockstar Games da für Soundeffekte ins Spiel bringt. Und vor allem die einfach mal so zu hören, als wirklich einzelne Datei und nicht dann so ganz normal im Spiel, ist dann doch, finde ich, immer wieder interessant. Jetzt fragen sich natürlich viele, okay, wieso haben wir so viel Zeug hier? Aber warum ist es letztendlich nicht im Spiel? Tja, die höchste Wahrscheinlichkeit im Moment ist, dass Rockstar Games aufgrund von Corona dieses DLC erstmal auf Eis legen musste. Wir wissen, dass Rockstar Games ab März an dem Los Santos Summer Special gearbeitet hat. Und bei einem Polizei-Update haben sie garantiert schon früher dran gearbeitet, weil das dann ja doch recht groß und komplex ist. Und ja, vermutlich haben sie bis März gearbeitet, haben gemerkt, okay, wir müssen alle ins Homeoffice aufgrund von Corona. Wir schaffen das Polizei-Update nicht. Und deswegen haben sie dann ab März eben dieses kleinere Summer Special DLC entworfen. Jetzt ist natürlich die Größe aller Fragen, wann bekommen wir denn diesen Content? Ich meine, Rockstar Games wird den ja nicht einfach für die Tonne entwickelt haben, sonst hätten sie ihn ja auch nicht hochgeladen. So, und jetzt ist die Vermutung, naja, im Winter bekommen wir ja erstmal das Heist DLC mit der neuen Location. Das wissen wir ja schon. Und hier ist entweder die Vermutung, dass hier etwas Polizeimäßiges reinkommt, einfach aufgrund, dass Rockstar Games gesagt hat, ey, die Heists werden ganz anders aufgebaut sein als die, die wir bisher haben. Und dann hat man eben jetzt die Vermutung, dass hier Polizei gegen eben diese Bankräuber gegeneinander spielt als Spieler. Das wäre auf jeden Fall eine Vermutung. Aber es denkt auch dran, dass Rockstar Games bestätigt hat, dass auch im Jahr 2021 noch DLCs erscheinen werden und vor allem auch exklusive DLCs für PS5 und Xbox X. Und hier könnte ich mir auch vorstellen, dass Rockstar Games hier als kleines Special DLC direkt ein Polizei-Update nächsten Sommer rausbringt, um einfach ein Kaufargument zu haben, um zu sagen, ey, kauft euch GTA nochmal für PS5, denn hier gibt es ein Polizei-Update und auf PS4 und Xbox One eben nicht. Nun gut, Freunde, das war jetzt im Prinzip auch schon das gesamte neue Video. Schreibt eure Ideen, eure Vermutungen, eure Gedanken dazu. Gerne mal in die Kommentare, lasst uns da mal ein bisschen diskutieren. Wollte Rockstar Games wirklich ein Polizei-Update reinbringen? Für mich ist das eine klare Sache. Ich sage auf jeden Fall ja, aber vielleicht haben ja von euch ein paar daran noch Zweifel. Ansonsten, Leute, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Und Freunde, wenn ihr dieses Video hier bis jetzt geschaut habt und noch nicht abonniert habt, ihr schaut dann eben alle meine Videos. Dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Sieht einfach in der Abo-Zahl ein bisschen schöner aus, wenn wir die 115.000 haben, anstatt dann 114.000. Wäre auf jeden Fall eine super Ehre für mich und euch stört es ja nicht groß. Ansonsten, Leute, nächster Livestream vermutlich am Mittwochabend. Ist noch nicht ganz sicher. Folgt mir einfach auf Instagram, dort werde ich es in die Story posten. Ihr seht, wieder ein Grund, mir auf Instagram zu folgen. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017